Hm, ob ich da mal reingehen oder ob ich hier oben erst gucke. Wer sagt, der Fall sagt, dass ich da oben rum soll. Dann gehe ich erst hier rein. Ach ja, Zigaretten rauchen sollte man auch nicht, wie ich gerade gemerkt habe. Ja, ja. Weil, was muss ich sagen, Zigaretten, Zigaretten. Achso, wegen dem... Leben, weil man verliert Leben, man kriegt zwei Eve dazu. Man verliert Leben. Hm, lecker. Oh, ja. Lecker. Geklöppeltes Fleisch. Moni. Moni, Moni, Moni. Hallo? Sieht aus, als wenn es da reingeht, aber... Ich höre, da. Fiese, ihr Schöpfel. Na, macht Spaß. Ja, letzte Nacht, da haben wir richtig abgezappelt. Richtig, abgezappelt haben wir da. Richtig toll. Zappel-Ehmchen. Was zum Räger war das denn? Zu trinken. Oh ja. Wodka. Hier. Wodka. Habe ich nicht. Hm, das müssen wir eben kurz gucken. Ähm. B-b-b-b-b-b. Tastatou-Belegung. Ja, ja. Equip. So. Nächste Munition. Nächste Munition mache ich mal hier. Und so mache ich mal hier hin. Ähm. Ich wollte mal gucken. Ne, das nicht. Dann können wir das auch wieder dahin machen. Wir machen das lieber andersrum. So. Und das dahin. Ich wollte mal gucken, wie das aussieht. Erstmal richtig hinsetzen hier. Mit dem... Plasmiden. Plasmiden installieren. Blablabla. Sonstiges benutzen. Sonstiges benutzen. E. Verbandskasten. F. Schnell speichern. F8. Schnell laden. F... Fünf. Dann machen wir F4. Da habe ich gerade aus Versehen. Hier auch noch runterbrochen. Hooray. Ja. Intelligenz wird nicht vererbt. Ich sag's ja immer wieder. Aber wo ist denn... Plasmide benutzen? Nächste. Umschalten und feuern. Umschalten. In und her. Feuern. Ich muss ja irgendwo auch Verbandskasten benutzen. Da. Verbandskasten. Aber wo steht denn das mit Plasmiden? Bin ich blöd oder was? Dann macht der das nur automatisch. Kann natürlich sein. Ja gut. Wenn jetzt so ist, dann ist es so. So. Gehen wir weiter. Also. Hier kommen wir. Ich bringe noch irgendwas. Zigaretten. Ist schädlich. Cool. Ach komm. Eis Zigarette. Kann ich so schlimm sein. Weg. Ich stünde immer rum. Was? Ähm. Okay. Was auch immer das hier ist. Da ist was drin. Bleib du da drin. Ich bleib hier. Ich nehm mir das Geld. Telefon. Hallo? Hilfe? Ich weiß nicht, wo ich bin. Hallo? Geht nicht. Das? Hallo? Geht auch nicht. Oh, flucht. Zeitung stimmt. Geht auch nicht benutzen. Was denn jetzt? Ähm. Ich bin total verspleisend. Total verspleisend. Jetzt will mich bestimmt niemand mehr. Nein. Nein. Nicht wenn du auf so einer siffigen Toilette umhängst. Nein. 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 Da hat jemand das Klo mitgenommen? Ja gut. Was haben wir denn hier? Und erwarten sich ein bisschen Ablenkung und Unterhaltung. Aber sie können an nichts anderes denken, als an den Gestank, der aus deiner Kloschüssel kommt. Ich hab mich im Griff. Bring das in Ordnung. Ich hab mich im Griff, sagt er. Kommt aus dem Klo gesprungen. Alter. Alter. Was hast du da drin gemacht? Hast du dich da draufgesetzt? Dann kriegst du noch eine. Hier nochmal. Gut. Wollen wir mal weiter. Was haben wir denn hier? Eine kaputte Vase. Jens. Dams. Wie auch immer das ausgesprungen wird. Naja, zumindest sind die robust. Äh. Yo. Ja, hat ja jemand aber... Möchte ich Druck. Immer mit der Ruhe. Wirst du so freundlich, die Waffe runterzunehmen? Wo auch. Du denkst, dass da unten ist ein Kind? Lass sie dich verarschen. Sie ist jetzt eine Little Sister. Irgendjemand hat das liebe kleine Mädchen zu einem Monster gemacht. Du musst lernen umzudenken. Hier unten in Rapture zählt deine Vorstellung davon, dass Recht oder Unrecht ist nicht mehr. Hier unten in Rapture zählt deine Vorstellung davon, dass Recht oder Unrecht ist nicht mehr. Bubpils. Schläfst du noch? Schläfst du noch? Wo ist Mr. Bubpils? Wo ist Mr. Bubpils? Bub, 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 Bubs. Ähm, Mädchen? Oh, oh. Alter! Jetzt hast du Stress, jetzt hast du Stress. Ja? Das ist der Big Daddy. Sie sammelt das Eden und er beschützt sie dafür. Hier untersuchen. Nicht vergeben. Oh Gott, so. Ah ja. Dafür, dass du das Kind gehauen hast. Ups, nicht so weit. So weit tut man nicht. Cinder Cones Happy Shappy. Mhm. No Show. Naja. Mr. Bubbles. Mr. Bubbles. Mr. Bubbles. Money, monies. Money, money, money. It's so funny. In the different world. Das sind aber Fragen, du. Hey, der wird... ...Ska. Was zum Geil war das? Ähm. 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 Ich möchte meinen Vater danken. Meine Mama. Und... Frieden auf der Welt. Wählt mich zur Miss Germany 2015. Danke. Schicke Schuhe. Geh mir da die Schuhe. Warte. Wieso? So. Nicht gar. Dann wollen wir mal weiter. Ey. Ey. Schrotze. Was freches. Ich wollte doch... Das hier tun. Himmelsspeicher. Besser ist er. Man weiß es ja nie, was so kommt. Hey. Du machst es auf meinen Lust. Ich hab mich er... Willst du hin? Hey, du Pugel. Ja. Was ist er denn für einer? Unglaublich. No, no, no. Nein. Ich hab was für euch. Toll, ne? Ah. Bin ich auch super. Wie ist der Bubbles, Mr. Bubbles. Jetzt hab ich ein Ohrwurm davon. Na toll. Naja. Ist nicht der schlimmste Ohrwurm. Der schlimmste Ohrwurm, den ich mal hatte, war... Von einem Mülleimer. Nein. Ähm. War... Von dem... SMS-Ton... Von einem Nokia. Wenn man das den ganzen Tag im Kopf hat... Dann bist du leicht... Irre. Das ist so... Neues vom Tag. Stay up to date. Good morning, Rapture. Ah, wir lassen Schuhe glänzen. Schon wieder ein Klo. Wir haben ihn bloß immer mit den ganzen Klos. Und warum gibt es hier keine Türen? Ah, der sollte mal zum Arzt gehen. Ah, blödiger Stuhl. Nee, ist nicht. Huch. Hallo. Hallo, die Damen. Ähm, ich wollte nur mal guten Tag sagen. So, wollen wir mal weitergehen? Mal schauen, was ist da jetzt nicht weiter? Da kommen wir. Geht's ja nun mal weiter. Da kommen wir vor wie so ein... Ähm... Sicherheitsalarm ausgelöst. Ich weiß nicht. Ich bin auf dem Klo. Keine Respektlosigkeit. Keine Respektlosigkeit. Feigling. Warum jetzt? Nee. Geh weg von mir. Ja. Geh weg von mir. Der ist ein bisschen starke Haufe. Es ist Brian. Andrew Ryan, schon ab noch mal. Er hat uns gefußt. Vier Knucht. Er hat den schön abgeriggelt. Aber es gibt noch einen anderen Weg. Noch hin. Gehen zum Medical Favilion. Worauf wartest du? Los! wo wartest du ganz gut alles gut alles gut alles gut doch mal also mein freund erzähl mal für welchen laden arbeitest du kgb und cia ich will mal was sagen rapture ist kein versunkenes schiff das ihr plündern könnt und andrew ryan ist kein alberner salonlöbe der nach der pfeife irgendeiner regierung tanzt das war's jo tschö ja auf wiedersehen passt schon danke oh shit ähm machst du das mal auf hallo zieh dir immer auf den kopf zufügst du mehr schaden zu jawoll mehr schaden zufügen super ist top so ja und mit diesem mehr oder weniger anfangen sage ich erst mal auf wiedersehen ich hoffe es hat spaß gemacht und ich war nicht ganz so anstrengend und wir sehen uns dann in der nächsten folge mit Bioshock ciao oh 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 Vielen Dank.